Jetzt geht er runter, der Talesehnte runter. Und er spielt jetzt für euch, der Zelt von uns begleitet, ein Stück, das da heißt So trauend es dem mag, dass der ja gewünscht ist. So trauend es dem, der Zelt von uns begleitet, ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. So trauend es dem, der Zelt von uns begleitet, ein Stück, das ist 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 ein Stück. Also bei einem Gitarristen kann man eine Saite reißen, das kann beim Geiger auch passieren. So ein Gitarrist kann sich doch das Blech brechen oder den Finger oder so, aber der gute, teure Bogen. Echtes Wasser, echtes Wasser von Kai. Komm, auswechsel, weiter geht's. Das hat er nicht gehört, das hat er nicht gehört. Aber er hat ja einen Auswechselbogen dabei. Da, 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 da La 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 Musik 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 MARK dites Das ist der Gapel!